Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's Klumpy. Heute zeige ich nicht mal mein Gesicht. Aber ich bin jetzt angekommen in meiner anderen Wohnung. Also es ist meine zweite Wohnung und morgen oder übermorgen zeige ich euch noch ein Video. Heute kommt noch ein Video. Und hier oben zeige ich euch mal. Hier ist noch gar nichts gebaut. Gar nichts. Jetzt müssen wir noch alles machen. Geil. Oh, was ist das denn hier? Passt ich überhaupt da rein? Nein, ich bin zu klein. Ich bin zu groß. Klein. Baum, ey, Baum. Wir gehen auch gleich noch zum Dach. Vielleicht dann noch das zeigen. Oh, seht ihr das? Das sind kleine Röllchen. Roller, Roller. Ich liebe Roller. Roller, die Salaten. Und ja, ich bin jetzt in Libanon, habe ich euch schon mal gesagt, glaube ich, hoffe ich. Und dann habe ich hier wieder Scheiße. Und Bahn. Oh, warte. Was ist das denn hier noch? Geht es auf? Nein, geht nicht. Verdammt. Aber ich weiß, dass hier eine Tür noch aufgeht. Da hinten. Die hier geht auf. Seht ihr die? Die hier. Da gehe ich jetzt mal hin. Oh, boah. Die kann man aufmachen. Die kann man dafür aufmachen. Ja, guck. Ja, wahrscheinlich habe ich mich jetzt getäuscht. Verdammt. Und jetzt gehen wir zum Dach. Erstmal brauche ich Licht. Taschenlampe. Taschenlampe ist... Was meinst du damit, Digga? Kann ich jetzt Taschenlampe? Taschenlampe. Ach, egal. Dann gehe ich eben dunkel da rein. So. Bisschen dunkel, aber geht noch. Nein, sagt nur nicht, dass es... Stimmt ja, das kann man nicht von innen aufmachen. Diese... Wow, wieso ist es jetzt da? Schock. Mann, ist das hell. Und wieder habe ich meine Mütze nicht genommen. Cool. Jetzt weiß ich, wo das Internet kommt. Und... Und... Hopp. Schade, dass wir nicht im Fortnite sind. Er könnte ich da auf dem Dach drauf. Dann tut man das. Okay. Hier seht ihr alles. Warm. So wie ich... Alter. Kommt euch mal diese Landschaft an. Alter Leute, wie tief das ist. Bam. Da hinten ist unser Auto. Und wie schon gesagt, ich bin jetzt im Libanon. Hier lebe ich jetzt ein paar Jahre. So acht, neun Jahre. Alter. Wie tief das ist. Auf Handy sieht es nicht so tief aus. Aber in real life schon. Schade, dass ihr nicht zusammengucken könnt. Okay. Alter. Bär ist der Boden schmutzig. Guckt mal meine Finger an. Leute. Hättet ihr euch getraut, da mit Fallschirm runter zu springen? Na ja, der Fisch, der Fallschirm wird nicht aufgehen. Wow, habe ich gerade mein Gesicht gezeigt? Hoffentlich nicht. Wenn schon, dann verpickst. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Guckt mal Leute. Ich kann euch beweisen. Gibt es in Deutschland zu welche LKWs? Nein. Gibt es Männer, die ohne Helm fahren? Nein. So, jetzt. So kann man beweisen. Das ist, ja. Hey. Und ja, Leute. Das war schon ein Video. Ich weiß, es war ein 5 Minuten Video. Aber ist egal. Lass einen Daumen hoch, abonnieren, und die Glocke. Und bye, bye.